So, da sind wir auch wieder, in der nächsten Folge. Oh, da gab es ein kurzes Blick. Böp. Ich hab noch mal Angst, wenn ich hier so lang gehe, ja? Harbo di, harbo di. Da ist ein MG. Ah, okay, gut. Na ja, also, wie soll ich, ach, ich hab Gas. Ich hab Gas. Ich hab Gas. Das stimmt. Ich hab's. Hui. Hamudi. Nice. ich wollte mal gucken hier noch also irgendwas ist gerade hier in der umluft vielleicht wieder die katzenhaare ich bin fertig warum sollte ich das übernehmen mache ich 3106 aber station hier ist echo 3 1 blinde übertragung zieht es noch in den tun verfolge okay okay so Alter, wie schnell schießen die? Holy fuck. Das ist nicht genau so mit Hakoko Loko Benzin. Aber irgendwas ist auf jeden Fall... Kann ich hier entlang? Oder... Nein, natürlich nicht. Schieben? Kann ich das in eine andere Richtung schieben? Ja, schick doch. Der hat sich irgendwie ein bisschen an wie Hitler. Kann das sein? Oh fuck, Alter. Hier komme ich auch nicht raus, ne? Komm ich hier runter? Nein, natürlich nicht. Danke, Pfarrer! Ja, ich will doch hoch. Danke, Pfarrer. Hier lang. Weißt du das? Ihr seid weit gekommen. Positiv. Aber was ihr sucht, ist schon weg. Es gibt nur mich. Und ich bin nur ein Freiheitskämpfer. Kein Entkommen. Ja. Zählt weiter. Wir können sie entschaffen. Hilf mir. 20 Sekunden. Verschneide die Drähte, wenn ich es sage. Nicht früher. Bereit. Grün. Ich glaube, das war gelb. Ne, das war gut. Da ist grün. Das war gelb. Uff. Drei. Zwei. Eins. Los. Grün. Weiter. Geh. In zwei. Eins. Los. Geh. Fertig. Der letzte ist rot. Es gibt zwei roter. Der obere. In zwei. Eins. Jetzt. Los. Entschärft. Buchtelkapsch. Gut gemacht. Mit deiner Hilfe. Gute Arbeit. Hast du das gelernt? Jahre lange Erfahrung. Alter, ist mir gerade... Ne, oder? Jackpot. Das Primärziel ist tot. Pff. 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 Oh, Entschuldigung. Alex? Wer dies nicht konnte? Gut, dass du es warst. Schade, dass er nur einmal sterben kann. Danke, Mann. Gute Arbeit. Ich gratuliere. Doch obwohl wir schon die Gläser Quirren hören, muss die Feier noch warten. Pardir und seine neuen Freunde sind aktiv. Wo sind sie? Eins nach dem anderen. Niemand sagte, sie sind Freunde. Der General wäre anderer Meinung. Norris, sie sollten... Sagen sie es, Leswell. Sonst du ich's. Das Kommando hat Farahs Truppen reklassifiziert. Kann das einer übersetzen? Von Bullshit zu Klartext? Sie sind auf der Liste. Welche Liste? Von ausländischen Terrorgruppen. Meine Marines behandeln Farahs Truppen jetzt als Feind. Was? Wir sind Verbündete. Jetzt nicht mehr. Halten sie ihre Leinen schön kurz, Körner. Sonst was? Sonst hänge ich sie daran auf. Kate, sie brauchen unsere Hilfe. Wir können nichts weiter tun. Wir können sehr viel tun. Ich lass mir nicht mehr vorschreiben, wer meine Freunde sind. Alex, nicht. Ich geh zurück nach Rosikstan. Ich bleibe bei Farahs Armee. Was sie da tun, ist illegal. Wieso ziemlich alles, was sie tun, oder? Nur die guten Sachen. Du hast Freunde hier. Du auch. Danke. Für alles. Das ist noch nicht vorbei. Vertrau mir. Habe ich ihn mehr. Okay, das ist dann doch nicht so gut, wie ich gedacht habe. Ich habe gerade gedacht, da trifft man seine Cam ein bisschen höher. Aber nein. Das will die Cam wohl nicht. Egal. Das ist, glaube ich, gut, oder? Moment, ich muss mal kurz rauszappen. Ja. Ich hatte diesen ekligen Rahmen um den Fenster. Also, so wäre ich komplett drin. Ja, ich komme. Mit mir wurde Bondage betrieben, ja? Una Sekunde bei Rado, oder? Harit. Nur so 10 Minuten. Okay. Schwester. Schwester. Ist okay. Ich halte es aus. Warum haben sie uns zusammengelegt? Sie brechen mich. Über dich. Nur über meine Leiche. Nein, Herr Dere. Ich brauche dich lebend. Schau. Ach ja. Ich habe einen Schlüssel. Wofür? Für die Fesseln bestimmt, ne? Bestimmt für die Fesseln. Safe. Ja. Ja, warte. Ich nehme. Ab. Ich kann hier irgendwo so verstecken. Schaft ihn ins Lager. Foltert ihn. Die hier gehört mir. Öffnen. Lass die Finger von ihr, du krankes Kreis. Ich bringe dich um. Orkaner. Du solltest dich verabschieden. Ja, ist nun klar. Ab, ich sehle vieler. Vielleicht ziehst du ihn wieder. Mund halten und ab in die Ecke. Schau mich nicht an, Pfarrer. Wie ich schon sagte. Falls du Fluchtpläne hast, kannst du vergessen. Hab ich dir erlaubt, dich anzuschauen? Umdrehen, sagte ich. Bitte vergewaltige mich nicht. Schau mich an. zu mir. In diesem Drecksland ist es heißer als in der Hölle. Du hast sicher Durst. Ich komme mit. Ist du komplett? Ich komme mit. Ich möchte wissen, was das heißt. Google Übersetzer. Let's go. Herr Hase. Oh. Schalke spielt jetzt schon seit 20 Minuten. Google Übersetzer. Na komm, zeig es mir an. Sprache erkennen. Russisch. Gefahr. 220 Volt. Sag mir einfach die Bahn. Okay. Ui. Welche Wahrheit willst du sehen? Setz dich, Pfarrer. Sitzen. Es gibt keinen Ausweg, Pfarrer, und es wird dich auch niemand retten. Ich habe zu geringe Sichtweite, Leute. Grafik. Sichtweite 100. Machen wir mal 110. Dann dürfte das ja so ein Mittelding sein, ne? 110. So passt das. Komm. Komm. Ohne Witz. Der hat sich halt echt an, ne? Ich bin Karin. Karin ist tot. Leck mich am Arsch. Antworte mir. Karin ist tot. Hör auf ihn zu decken. Rette dich selbst. Bis jetzt war ich geduldig. Es reicht. Bleib beachter. Siehst du deinen Bruder. Ein letztes Mal. Er gibt dir was zu trinken. Du musst atmen. Atme, Pfarrer. Du schaffst das. Ich dachte, du willst deinen Bruder sehen. Wachbleiben. Nochmal. Du kannst kein Wasser. Atmen. Du brauchst Luft. Auf. Ah, genau so. Na bitte. Gut. Das reicht jetzt. Ah, da bin ich ein bisschen feucht geworden, würde ich mal sagen, ne? So stark, Pfarrer. Mach so weiter und du siehst halt hier. Nochmal. Wer ist Karin? Nicht so stur. Du wirst für ein Schweigen zahlen. Das reicht. Ich habe eine deiner Schwestern. Kein Wort von mir, Pfarrer. Schon gut, Acedel. Ruhe. Ihr Leben liegt in deinen Händen, Pfarrer. Bleib wach und sie lebt. Mach schlapp und sie stirbt. Leiter. Dieses Mal wird es schwer. Verdammt, du bist gut. Falsche Richtung, Pfarrer. Na aber hast du jetzt Luft? Halt still. Halt still, Pfarrer. Willst du den Kopf drehen? Andere Seite. Genug. Was reicht. Glückwunsch, Pfarrer. Du hast sie gerätet. Was ist da? Wollt, dass sie stirbt? Ich habe getan, was du wolltest. Nein. Ich will die Wahrheit. Wer ist Karin? Die Nachrichten stammen von mir. Ich bin Karin. Ich bin verantwortlich. Ich wusste es. Pfarrer, nein. Schon die ganze Zeit. Schafft sie weg. Sag den anderen. Ihre Anführerin wurde gebrochen. Na. Aua. Taut ein bisschen weh. Ich sag ja, dann vergewalt ich mich jetzt. Essen. Du hast dich hier Hunger, Pfarrer. Oder soll ich sagen, Karin? Dann retten wir. Ih, das sieht aus als einer... Öh, da sind ja Mahnen. Alles drin. Hältst du das wie ein Spiel? Du denkst, du kannst gewinnen? Keine Spiele mehr. Dein Bruder hat einen Schlüssel von mir. Wo ist er? Fehlt dir einen Schlüssel? Einer fehlt. Aber wir haben Ersatz. Wofür ist der Schlüssel? Du hältst sie für schlau. Karin. Also. Wie soll der heißen? Hehehe. Ja, alles nur für Schalke. Let's go. Wo ist der Schlüssel? Wer der heißen? Keine Ahnung. Ich hab ihn. Er ist an der Reizelle. Welcher Schlüssel? Der, den du versteckst. Kleiner Arsch, wuren Kind, alter. Oh, da ist der Schlüssel, glaub ich dran. Das ist eine Brutstätte für Terroristen. Ich bringe Recht und Ordnung in dieses Land. Und kein Terrorist. Schadet meinem Land. Ich schütze Russland. Gott schütze Amerika. Schweig! Was zur Hölle geht hier vor? Tötet alle. Sperrt sie in das Lager. Brennt es nieder. Du hast den Leuten nicht gerettet, Pfarrer Karin. Sondern getötet. Einen Helikopter schnell! An die Waffen! Alle bereit machen für den Kampf! Locker. Nicht eng. Gefällt mir. Ah, ich ziehe schon eins und eins zusammen. Ich brauche ein Werkzeug. Kannst du auch den Schlüssel nennen, Rudi? Warte mir die. Perfekt. Ach, cool. Nette kleine Klinge. Krisch, 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 Pfarrer. Krisch. Bring drüber. Krisch, krisch, krisch. Los, Pfarrer. Lauf, lauf. Steine. Hm? Ist die Frage, ob ich das treffen kann. Kannst du auch ein Stuhl. Das ist doch nicht funktioniert. Ich brauche einen Stuhl. Gut. die haben nur drei gespielt das ist echt ein bisschen gib mir deine waffe ist ja nur eine pistole haben dafür ist der schuss die anderen im lagerhaus eingesperrt macht bevor alle tot sind Wir haben die Oberkampf! Hm. Ich muss aber echt sagen, mit Ray Tracing gefällt mir das Spiel tausendmal besser. Oh, fuck Turm? Wir können tun Da auf dem Turm Wir können Hier! Ich bin der Mülltunde. Soldaten! Eine Mauer! Ich sehe sie! Passt auf den Scharfschützen auf! Soldaten! Bedehung! Südwesten! Ich brauche Deckung! Verstanden! Er ist oben! Er ist oben! Wir müssen den Scharfschützen aufschalten! Ich hoffe, er wird getroffen. Na los! Korbi! Ah, das gibt es nicht. Los jetzt! Fahrer! Zum Lagerhaus! Na los! So treffe ich den denn nicht? Der Scharfschützen! Halt uns auf! Komm, komm, Kari! Feier auf, die! Ach, die Flüchtlinge! Was? Die Flüchtlinge! Die Flüchtlinge! Kriege ich damit vielleicht ein... Vierfach? Da sind Sie! Ah, aber kein Vierfach! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Und, zeig dich! Okay, da kommt man nicht! Da kriege ich den auch nicht! Oh, Mann, ich weiß nicht! Er hat die Dämpfe verlassen! Ja, Bewegung! Hm. Haiermordes kann ich nochmal geändert! ja wir sind bei 27 minuten leute bis zur nächsten folge tschüss